so thema heute ist das unternehmen goldfields das ist die nummer fünf der top gold förderer schauen wir uns heute mal näher an dieses unternehmen sehen wir hier eine wirklich tolle umsatz und ebitda kurve von 19 von 2019 hier bis 2024 also eine wirklich sieht man sehr sehr selten so was ja so eine tolle umsatz und ebitda kurve und da schauen wir uns natürlich heute näher an und damit ein herzliches glück auf hier aus hamburg hallo so wie gesagt das ist hier die nummer fünf goldfields erste newman zweite barrack dritte agnico eagle vierter anglo gold ashanti und dann kommt goldfields danach kommt noch kinder aus newcrest nassern star sinning mining aus china und harmony gold also ein ein doch großer goldförderer ein wichtiger mit sitz hier in johannesburg in südafrika hier ist johannesburg so sieht es ja nicht unbedingt die schönste stadt der welt ich war da mal öfters ja also muss man jetzt nicht unbedingt den urlaub hinfahren würde ich sagen aber dort wird auf jeden fall viel gearbeitet ok zur gründung 1998 geschäftsfelder gold und kupfer mitarbeiter circa 6300 umsatz 84 milliarden z a r das sind südafrikanische wand das sind ungefähr vier milliarden euro operatives ergebnis 44 milliarden sind also zwei milliarden euro also dann ungefähr 50 prozent hier das verhältnis operatives ergebnis zum umsatz das kann sich also hier durchaus sehen lassen die operationen wo sind die hier verteilt in der ganzen welt hier in australien das ist der schwerpunkt dann haben wir ja südafrika dann haben wir ghaner hier in kanada ist noch ein projekt und in südamerika haben wir ja auch noch hier zwei projekte sozusagen also hier doch eine eine weltweite streuung das ist schon mal ganz gut würde ich sagen so was fällt jetzt hier auf hier ein rechenfehler der einem controller ein ehemaligen controller entgeht sowas nicht da haben sie hier die a isc mal hier berechnet im durchschnitt 1500 us dollar pro feinunze und wenn man sich hier die einzelnen hier anguckt von den einzelnen hier minen dann sind die jeweils deutlich unterhalb von dieser marke also wie kann wie kann es dann hier zu diesem durchschnitt kommen wenn hier alles hier weniger ist also rechenfehler eindeutig festgestellt oder wir haben irgendwas gemacht was ich nicht ganz verstehe das kann natürlich auch sein okay also wenn man ein bisschen aufpassen immer ein bisschen kritisch seien sich die sachen immer genau angucken solche fehler passieren immer nichts ist fehlerfrei auf der welt zehn jahre im controlling gewesen da wurden jeden tag fehler noch und löcher gemacht ja so hier die beeindruckende umsatz und ebitda kurve das ist doch echt der hammer ja wenn man sich das anguckt von links unten nach rechts oben und das und das bei einem goldförder unternehmen das das ist finde ich unglaublich ja wie machen die das wie machen die das ist das jetzt irgendwie zufall ist das jetzt gerade mal so ein ausschnitt der halt da eben so war und die jahre vorher war es anders und in der zukunft jetzt auch anders sein weiß ich nicht auf jeden fall sieht das toll aus umsatz plus 90 prozent von 20 19 hier auf 20 24 die 20 entschuldigung 20 23 die 20 23er zahlen die sind so halb fertig ja es gibt ein paar zahlen aber die financial zahlen die sind noch nicht ganz fertig deswegen ist das hier noch ein bisschen preliminary aber wir haben ja auf jeden fall schon die ersten drei quartale ganz sicher und das vierte quartal das ist auch schon relativ sicher also diesen zahlen kann man schon einigermaßen trauen will ich sagen ebitda plus 130 prozent ist hier jetzt ein bisschen zurückgegangen hier zwischen 9 zwischen hier auf 23 jetzt zwischen 22 und 23 ein bisschen runtergegangen und der umsatz ist gestiegen also das sind irgendwo die kosten gestiegen ja das kann man dann hier schlussfolgern hier umsatz plus zehn prozent und das ist hier leicht zurückgegangen im zweieinhalb ungefähr prozent so schauen wir mal ganz kurz in die präsentation die ist jetzt hier nicht so wahnsinnig spannend hier von goldfields was mir eben aufgefallen ist es hier sie zahlen hier gut und gerne dividende ja und sie verpflichten sich hier 30 bis 45 prozent auszuschützen auszuschütten von ihren hier einer von ihren ergebnis ja also das ist gar nicht mehr so schlecht ein drittel bis fast die hälfte wird also ausgeschüttet an die aktionäre das ist ein sehr freundliches verhalten würde ich sagen hier nochmal 20 23 wird gerechnet mit circa drei prozent dividendenrendite sozusagen also das ist kann sich sehen lassen hier sehen wir noch ein paar andere zahlen die jetzt schon fertig sind jetzt hier für den für den report jetzt hier haben auch wieder die isc hier von 1512 us dollar pro finance ich weiß nicht wie die die da drauf kommen wenn man sich die einzelnen minen anguckt die sind alle drunter also keine ahnung ist das jetzt teuer ja es ist schon es sind schon ein bisschen hoch die kosten ja aber das ist ja überall so aber auf jeden fall sieht das trotzdem hier alles ganz gut aus würde ich sagen so dann schauen wir noch mal kurz hier was was kann man hier noch okay sie rechnen dann in 2024 also in diesem jahr rechnen sie hier mit leicht sinkenden isc aber nicht aber nicht viel ja das ist nicht viel also die kostenlage wird sich hier so schnell nicht verbessern ja das lese ich daraus und ja das ist jetzt bei allen anderen ja auch so ja das mal abwarten und auf jeden fall schon mal kurz jetzt noch hier noch in die in die charts rein die chart lage sieht jetzt hier ab 20 18 circa sieht das hier echt gut und ganz gut aus ja diese von zwei aufgezogen jetzt auf wo ist jetzt hier bei knapp unter 14 glaube ich das kann sich also hier durchaus ziehen lassen diese entwicklung und das ist ja auch das was wir hier mehr oder weniger hier abgebildet sehen ja also das sieht gut aus gold hat gemacht in den letzten 19 jahren ja das waren jetzt die letzten 19 jahre ja plus 50 prozent der kurs insgesamt dann hier im vergleich zum gold gold hat gemacht 400 im vergleich also deutlich mehr und aber gold viel das ist hier das spielt richtig musik ja das geht hier von zwei ist es hier aufgegangen auf fast 18 jetzt mal hier bei 14 ist auch schon mal gar nicht schlecht das sind schon mal 600 prozent wenn es ganz hoch geht auf 18 sind das 800 prozent das ist also das ist heftig muss man nur aufpassen aufs timing man muss da wirklich aufs timing achten nicht einfach irgendwo random irgendwo reinsteigen sondern schon möglichst wenn sie unten ist ja und wenn sie oben ist dann auch wieder möglichst wieder aussteigen dann hat man spaß an solchen sachen so hat gemacht jetzt hier die letzten fünf jahre hat das hier 300 prozent gemacht das kann sich auch durchaus sehen lassen gold hat gemacht im selben zeitraum im fünf jahres zeitraum 70 prozent also hier deutlich bessere bewertung von gold fields als der basisstoff der hier aus der erde geholt wird wenn man das noch mal vergleicht jetzt hier mit umsatz und lbda umsatz plus 90 lbda plus 130 kurs plus 300 also hat die börse hier das sehr gut hier bewertet das ganze ja das geschäftsergebnis und die geschäftsentwicklung von gold fields so dividende hier sind ja hier stehen jetzt 2,7 prozent also circa drei wenn das wohl werden 20 23 das kommt dann immer auch auf dem durchschnittlichen kurs an kann man wahrscheinlich auf dem zehntel jetzt nicht so genau sagen aber so ungefähr plus minus um die drei prozent marke wird bewegen sich hier die renditen das ist gar nicht mal so übel würde ich sagen ja also das ist gar nicht mal so übel gut dann schauen wir noch mal die technik ganz kurz rein das immer jetzt hier an einer unterstützung zwar vorher ein widerstand wurde hier angestichelt und dann letztendlich überwunden dass man jetzt also leicht drüber und die nächste der nächste widerstand ist hier bei 18 also da haben wir noch circa 50 prozent noch hin da oben wäre ich dann vorsichtig weil das ist hier jetzt ein hoch aus 2005 die bei der 18 wenn sowas angelaufen wird da gibt es dann ganz oft hier ausstiege aus den aktien und dann fällt der kurs wieder würde ich da jetzt einsteigen ja würde ich vielleicht sogar machen also das ist keine keine finanzberatung darf ich nicht machen ja aber ich sage mal das ding das ist ein aufwärts trend und ich sage mal der nächste widerstand ist hier oben bei 18 das sind noch 50 prozent das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht ist gar nicht mal so schlecht da gibt es durchaus schlechtere sachen würde ich über dich eventuell ins portfolio mit reinnehmen muss man ja nicht so wahnsinnig hoch gewichten aber das da hat man schon nicht schlechteres gesehen würde ich sagen okay das soll es dann auch schon gewesen sein für heute sage ich hier tschüss und servus und ein herzliches glück auf hier aus hamburg dabei